Du willst eigentlich die Leute, die ihr Potenzial entfalten? Ich will gar nichts. Ich will mein Potenzial entfalten. Und dann, indem ich jeden Tag mache. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Soweit es mir möglich ist. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe da keinen Königsweg. Aber ich habe für mich einen Weg entdeckt, wie ich jeden Tag ein bisschen mehr Ruhe sein kann. Ein bisschen bei mir selber mehr sein kann. Ein bisschen weniger Dinge machen muss, die mir andere Leute vorgeben. Sondern Dinge, auf die ich Bock habe, jeden Tag. Und ich will gar nicht, dass irgendjemand sein Potenzial entfaltet. Ist mir vollkommen, ich würde mir das wünschen. Aber ich habe ja wieder, das maße ich mir nicht an. Jeder macht das, worauf er Bock hat und wie er leben möchte. Wenn ich nur, ich kann ja nur zeigen. Deswegen, ich will nicht unterrichten, ich will nicht mentoren, bla bla bla. Ich zeige und lasse mich begleiten. Und wenn es jemandem hilft, der mitgehen möchte, oder sich davon inspirieren lassen möchte, mega. Aber es ist auch nur mein Weg. Es kann sein, dass es für jeden anderen da draußen, der absolut falsch ist. Also ein bisschen mehr ist mir egal, Attitude. Und ich mache, was ich will, ziehe mich an, wie ich will, für wer ich bin. Nein, ein bisschen mehr ich bin ich und ich bin wertvoll, Attitude. Es hat nichts mit egal zu tun, sondern ich bin ich. Ich liebe mich, wie ich bin. Ich mache das, worauf ich Bock habe, weil ich es mir wert bin. Also, ne? Ja. Darum geht's. Ich habe nur 80 Jahre auf diesem Planeten. Vielleicht kommen wir alle wieder, vielleicht nicht. Stand heute, den ich kenne, ist, wir kommen nicht wieder. Also ich habe noch keinen Beweis gesehen für irgendwas anderes. Ich freue mich natürlich, wenn ich wiederkomme. Aber wäre ja blöd, wenn ich auf das zweite Leben gesetzt hätte und das erste Betriebe nicht gelebt hätte. Ich freue mich, wenn ich wiederkomme, wenn ich wiederkomme, Ich freue mich, wenn ich wiederkomme, wenn ich wiederkomme,